So, Leute, seid ihr bereit? Ja. Die Hände auf die Knie. Alle Artikel auf die Knie. Wo sind die Füße? Sehr gut, machen wir. Deine Gymnastik, ja? Lauri, wie fandst du an? Lauri. 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 Sehr gut. Nadia. Nadinka. Maschinka. Matinche. Amilicicca. Lauri. Leerach. Jetzt machen wir ein bisschen schneller. Leerach. Maribel. Matinche. Likka. 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 Timaci. Tima. Timaci. Sie wollen sie einschicken. Mische? Mische? Sehr gut. So, dann spielen sie den Genzer Fried. Okay? Dann mit ihr uns ein bisschen wach machen. Kinder, nicht vergessen. Kinder, was ist das Fuorto? Fuorto! Genau! Ente in den Sternen! Genau! Wie haben? Leise! Ente in den Sternen! Genau! Seid ihr bereit? Ja! Ja! Reib die Augen! Geh' dich richtig auf! Du pustest die Luft aus dem ganzen Körper raus! Mach' uns wieder wahl' dir anstatt nach deinem Fein! Streck' dich und fang' die Sternen an! Geht's auf! Wir sind die Sternen, Kinder! sued sie zuerst. Sternen! Vermont! Sternen! Ved Ja! So, meine Lieben, was haben wir letztes Mal gelernt? Wer weiß, was ist das? Das ist das Ofero. Das ist das Ofero. Was bitte? Das ist das Ofero. Genau, stellen wir vor, eine große, große Ofero. Oferhaus, so wie das. Es gibt ganz viele, aus der Welt, viele verschiedene Oferhäuser. So sehen die ganz schön aus. Oder so. Schauen wir so. Und wir haben auch was gespielt. Was haben wir gespielt? Wir haben gespielt, ein Stück von einer Ofer, die heißt Carmel. Carmel, das ist eine spanische Frau, die war ganz mutig, schön und sehr stolz. Und deine Aufgabe, schau. Deine Aufgabe. Du spielst jetzt A und B. A, D. A, D. A. Ich habe jetzt eine們 Novi. Oh, Laura. Und meine Frau. Ach so, die EinstPadchi? Ja, das machen wir erste Erfahrungen. Erst, wir machen das. Ich werde Schlaf tun. Das tauschen wir ja, das tauschen wir. Erst mal, Kinder, was ist das? Wer hört nicht? Wer bekommt uns ein bisschen? So, Kinder, was zeigt diese Lüse, das wir hören? Erst mal, erst mal hören wir uns. Kinder, ist das eine freudige oder traurige Musik? Freudig. Genau! Und sie zeigt, wie die spanischen Leute sind. Mutig, freudig. Es ist immer heiß in Spanien, oder? Das sind ein Soldatenmarsch. Vielleicht auch spanische Soldaten gehen auch. Ich habe seine laute Musik. Ich habe auch nicht, ob man sie sich auf die Tür zu machen. So, probieren wir hier, dieses Jahr, die Stapte, die Stapte. Jetzt ist es das. Zähne dich. Zähne dich. Zähne dich. Zähne dich. Zähne dich. Das war sie. Zähne dich. Und wer ist wichtig beim Orchester, Kinder? Ich bin die Gäste. 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 Ich bin die Gäste.